Okay, diesmal ein Blau. Was, Bebe a la Kartuscha? Telefoniert die? Ach, die telefoniert. Das ist mir wirklich leid, dass ich dich getroffen habe. Ich wollte dich treffen. Oh, aber ein Blau sieht ja auch cool aus. Was ist denn das für ein Auto? Das ist ein... Tore... Ach, der Tourismus! Hätte ich ja selbst drauf kommen können. Das ist der Tourismus. Lesen uns gleich einmal die kleine Mittel... Was geht ab, Nico? Ich hänge gerade mit RealBatman ab. Der ultimative Don kommt bei mir vorbei. Easy. Oh, ist ein... Es gibt ein Dächer wieder rum. Dann war mal zu Little Jacob. So, da fahren wir jetzt mal zu Little Jacob. Wahrscheinlich werde ich auch unter dem Nix heute irgendwann mal... Gut, heute nie. Eventuell irgendwann mal, wenn ich Zeit habe, auch ein bisschen runter Minecraft hangern. Gehen es wieder auf, hier mal so richtig hangern. Gehen es auf den richtigen Servern. Von Fahrräte und so, ne. Also nie wieder das. Mit diesen 100 Schlotts, wo Plus lag und ganz so warm abkacken ist. Sondern dort, wo es auch richtig Spaß macht. Wo man nix craften braucht. Also eigentlich, einige nennen das Survival Games. Eigentlich sind das die richtigen Hunger Games. Wenn man vom Film aus geht. Ach ja, wir haben doch den innen mal runtergehauen, ne. Und haben dann den Krankenwagen, wo ich dann beim Rendern gemerkt habe, dass das mein Krankenwagen war. Äh, Phil. Hier sind die Kifferbullen. Stehen die immer noch einmal? Hey, watch it! Guck mal, erscheint sich ganz einfach ein Polizeiauto klauen. Oh. Komm ich hier durch? Stimmt nicht. Ich passe hier durch, ich passe hier durch. Ich sehe, dass ich... Der Müll. Der Müll. Der Müll. Der Müll. Der Müllkontainer, heute ziehe ich auch mal so weg. Nicht bei Rot gehen. Boah, wie leidend ist, und wir brüllen am Hals. Die sollen weiter kippen, ey. Ach, links. Shut up, shut up. Hey! Hey, boy, don't move, don't move. Don't move, boy, how are you? Where you come from, how are you? Hey, man, I'm here to see Jacob. It's Nico. Nico? Batman, walk one down and some. Some boy done saw beat off the door. Some boy done saw call himself Nico, say, want to see you, old boy. Nico? I'm a boy of that bad, man, man, yo, free up the boy, man, yo. Yo, boy, that? Yeah. Sure. Come on, yo. Come on. I don't want to see you, old boy. I don't want to control the taxi. You have to see me knock on people door and thing, you have to be careful and thing. No, it's okay. Come on. Hey, don't worry about it. Watch what you're doing, you know. See how your boy over there's a Nico, go deal with them, too. Oh, I'm Nico. You all right? No problem. Good to meet the doctor in the gym, you have. Yeah, me hear that, you know? With them Kevin? Anyway, some boy around put in the gym. I'm a bad man, you know. I'm going to ask you a favor. Go on, now. Hey, my youth. Some boy around put in the corner and thing, and the boy around sell some things and thing, and I go on, I say, oh, them don't want to give me my money and thing, and every corner of my corner, and I want my money and thing, you know. I know so that I'm going to go, you know, I want to deal with the kids proper, you know, see? All right. Let me explain. It's a business thing that's going down there. Right. They are selling weed, but they're not supposed to sell weed, and they're not cutting any meat, okay? See, when you go down there and deal with them, see? Right. It's not going to be cheap. Where do I find them? Cheap? Cheap, my youth. You worry about cheap. We're not worry about cheap, you know. The boy of them there from the corner, I say, the boy of them on the things, and my corner, that and thing, and I say, every corner, my corner, and thing, and I'm going to write that to the boy of them, I go on and say, oh, what do you want to give me my money? Uff, wie der abgeht, Junge. All right, hear me now. What the bad man is saying is, the boy of them has some nuggets, see? You'll find them when you go up on the corner, Alpha and so, boy, and. See? When you go down the side, you'll go see them and deal with them, see? And you'll find out how they work, all right? All right. All right. You want someone to split for you? No, thanks. Yeah, sure. I'm sure. All right, respect. My, yo, pass with someone I think we have over there, sir. Die end. All right. Boah, alter, der geht ab, also. Einige Wände, wenn sie kiffen, so richtig, so, uh, und der wird, wenn er kifft, auch gedreht. Oh, man, wieder hinladen schon. Ja, klar, ey, alter, ey, da könnt ihr auch mal selbst hinfahren, ihr kleinen Pisser, ehrlich. Und ich hab natürlich die ganze Nacht fahren, na gut, ich hab mich schon scheiß schnell schlippen. Oh, schau, aber medical center. Ach, ja, wie kann ich nicht mehr raus, wenn ich sterbe? Ach so. Wenn ich sterbe nicht, ich wär ja bloß unmächtig. Ey, kann man hier nicht über die Autobahn fahren? Ach so, aber ich muss uns hinten drauf. Okay, okay. Alles klar, Junge. Alles klar. Bank of Liberty, kann man hier mal ausrauben. Ich brauch mal ein Geld. Oh, jetzt kann man hier mal eine schöne Brücke fahren, mitten in der Nacht, schön blödsinnig. Breitsporisch. Hier stehen die, ja, ne? Oh, ich muss so viele Bullen, ja, so, jetzt kann man hier noch eine Maut stellen. Au. Ein schönes Auto. Äh, die haben wir uns auch ein bisschen mitgenommen. Ich hab keinen nice Tag, wenn ich hier die ganze Nacht rumfahren muss, vor allen Dingen halt, erst gar keinen nice Tag, sondern wenn dann eine nice night. Was sagt man jetzt überhaupt so? Ah, jetzt sind wir hier, wo dann meine neue Bude ist, wenn mal Roman das Taxi abschrottet. Wenn irgendwann mal Roman hier die Bude abgefärbt wird. Kommt die alle her. Ich dachte mal... Dankeschön. Genau, hier ist in dem ich mein Parkplatz und soll in der Bruchbude wohl nicht dann, ne? Das weiß ich. Da habe ich, dass ich das Spiel auch kenne, ne? Ich habe mir jetzt Päts angesiedelt davon. Tja, stelle ich das vor. Und... Ah, jetzt bin ich mir in den Leuten bringen. So, a thump sign. Brie Riding. Kann ich den hier einfach abknallen? Das hätte ja oft, wenn einer mit dem Snorio durch diese Düse gerade düstere Gasse hinterher läuft. Wow, geht weg ihr Penner. Da hab ich kein Bock hier diesen Depp. Ist da stehen geblieben. Was? Der bums dem Kind in den Mund? Ja klar, alter Pisser! Ja, ich bin dabei und ich hab ein Standbild. Bisschen lege. Leckere Blutfleck, der kifft in der Ecke. Junge. Ich hasse Treppen. Oh. 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 Das ist gut. Das ist gut. Ja. Ich hab ihn gut zu tun. ich würde sagen, Mission complete. 250 Dollar. So ist das den ganzen Penins hier noch da oder ist nicht schon wieder gegangen? Kann ich ja auch das Schast beschädigen? Und wenn ich Gegner holt, ich schieße, kommt die Bullen. Ja, so komme ich eindeutig nur noch runter. Ich überlege, ob ich mir jetzt mein neues Auto holo, äh, mein altes Auto holo oder ein neues Auto holo oder kann ich nicht mit meinem Roman Caller fragen, ob ich mir ein Taxi geben kann. Äh, oh. Nein, okay. Alter! Bro! Oh! Ey, ich glaube noch nicht. Noch nie. Oh, Alter, die Bums sind mir ja richtig hart. Steck da ein. Ja, gut. Okay. Roman sagt mir, ich muss dich holen, weil du bist ein Kuss oder so. So, kannst du mich auf Mohawk Avenue, ja? Das ist eine Waste von meinem Leben! So, mit einer Eingabe kann man sich nämlich nochmal überspringen, hm? Ne? So. Machst du die Bullen los? Ja, ich hab sie los. Wie geh ich mir erstmal in Hot Dog reinziehen, ne? Hot Dog, Junge? Ich könnte ja auch mal in Steiner gehen, aber Hot Dog ist einfach billiger. Ich würd gern Frankfurt näher hin. Wieder die geile Perspektive. Bist du fett geraden, denn Hot Dog schmeckt nie. Mua, an ihm. Okay, wir sprechen hier sowas, man. Bevor wir dann zusätzliche Jobs bei Jakob machen können. In der Fall gucken wir dann mal, was Faustin wieder von uns zu tun hat. Äh... Prime and Punishment. So, Überschreiben. Speicher den Halt. Bitte, dass es hier nicht ausschaut. Ah, Junge, ich hab das schon gelesen. So, also wir wollen uns jetzt mal zu Faustin uns auf den Weg machen. Zum Little Faustin. Wo ist der diesmal? Wir sind ja dort. Warum ist er da? Mein Gott. Dann können wir ja vielleicht schon mal hin schocken. Hä? Nein, danke. Darauf hab ich auch keinen Bock. Vor allem mal ins Video. Dann können wir hier zum Beispiel das Taxi ist free. Ey, der Hot Dog ist gar nie besetzt. Boah, was ist denn der Hot Dog nie besetzt? Junge, ich möchte jetzt einen Hot Dog haben. Ich bin kein Arschloch. Bist du hier schon. So... Wo ist denn das hier?